Herzlich Willkommen zum Voice of Photography Podcast mit Lorenz Masser und Michael Breschl. Wir sind heute in Innsbruck und haben einen Gast. Unsere Folge heißt heute Basics des Urheberrechts. Sozusagen das Einmaleins für Kreative. Und wir haben uns da heute die Nina Steinmeier eingeladen, spezialisiert auf Urheberrecht. Ja, gleich mal meine erste Frage. Nina, wie wird man Anwältin für Urheberrecht? Naja, also grundsätzlich beginnt man mit dem Jus-Studium und dann natürlich mit dem Interesse an den, sagt halt in dem Jargon, Immaterialgüterrechten. Das heißt, diese Rechte, die man nicht angreifen kann, alles was Rechte betrifft, sei es eben in dem Fall Fotos, Film, Musik. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ein Thema, das in Österreich leider Gottes zu wenig Beachtung hat. Und deswegen haben wir uns das dann ein bisschen auch auf die Fahnen geheftet, dass wir halt versuchen, da die Rechte der Kreativen zum einen durchzusetzen, zum anderen zu stärken und zum dritten natürlich auch verständlich zu machen. Ja, das kommt mir ja auch vor. In Deutschland, das hört man ja öfter, gerade in der Musikbranche. Da wird schon sehr drauf geachtet, aber in Österreich ist da teilweise schon ein bisschen Willkür, oder? Das ist das Problem an den Immaterialgüterrechten, also alle Rechte, die ich nicht angreifen kann. Ich glaube, Österreich lebt ein bisschen so davon. Alles, was ich in Händen halte, ist meins. Und alles, was ich nicht in Händen halten kann, weil es de facto nicht präsent ist, sondern halt nur geistiges Eigentum ist, dem wird halt leider Gottes weniger Beachtung geschenkt. Ändert sich oder hat sich gerade in den letzten Jahren auch durch die sozialen Medien doch ein bisschen gewandelt. Wir sind aber immer noch nicht dort, wo wir vielleicht sein sollten vom Stellenwert her. Recht unkompliziert ist euch ein Claim. Ist das immer so? Wir versuchen es zumindest. Also ich würde mich selbst einmal als doch unkompliziert bezeichnen. Die Materie, die ich bearbeite, nicht immer, aber wir haben uns das, wie gesagt, etwas auf die Fahnen geheftet, zu sagen, wir versuchen möglichst unkompliziert jemandem zu seinem Recht zu verhelfen. Das geht halt leider Gottes nicht immer ganz so leicht, nicht immer ganz so unkompliziert. Das liegt aber dann in den wenigsten Fällen an mir oder an uns. Das muss ich auch dazu sagen, sondern meistens an den Gegnern. Okay. An den sogenannten Urheberrechtsverletzern, die eben, wie gesagt, die Materialgüterrechte unserer Klienten, sei es der Fotografen oder anderer Kreative, halt verletzen. Wie läuft denn sowas ab, wenn jetzt der Klient in dem Sinne ein Fotograf zu euch kommt und sagt, halt, da ist was passiert. Das Foto wird widerrechtlich mehr oder weniger verwendet. Und ja, jetzt haben sie Kontakt mit euch aufgenommen, mit dir und deinem Kollegen in der Kanzlei. Wie läuft das dann ab, dass man vielleicht nur einen kleinen Überblick schaffen kann? Also grundsätzlich ist es meistens so, und das ist ja eigentlich das Lustige, es sind zum Großteil Zufallsfunde, die die Fotografen oder die Fotografinnen machen. Das heißt, die gehen irgendwo spazieren, sehen ein Riesenplakat, wissen genau, das ist ja ein Foto, das haben sie aber nie so zur Nutzung freigegeben oder finden es halt zufällig auf Social Media. Ist ja auch, leider Gottes, ein Riesenthema, dass es dort überall geteilt geschert und was Gott was gemacht wird damit. Die sind dann die, die sich meistens zunächst einmal telefonisch bei uns melden, einfach einmal um tatsächlich herauszufinden, was bedeutet das jetzt, was kann ich dagegen machen. Weil viele ja gar nicht wissen, dass es im Urheberrecht sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, meine Ansprüche durchzusetzen. Der bekannteste unter Anführungszeichen Anspruch ist ja der Unterlassungsanspruch. Ja, das heißt, ich kann es dem Gegenüber verbieten, die Bilder in Zukunft zu verwenden. Das heißt, er hat diese Handlungen zu unterlassen. Ich kann es in seiner Beseitigung verpflichten. Das heißt, er muss alles beseitigen, was an Werken mehr oder weniger da ist. Das heißt, wenn der Speisekarten gedruckt hat damit, irgendwelche Plakate damit gemacht hat, kann ich das verbieten lassen. Ja, ich habe aber auch, und das ist auch ein wichtiges Thema, natürlich einen Entschädigungsleistungsanspruch. Der ist deswegen so wichtig, weil das natürlich dem Verletzer am meisten wehtut. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der Verletzer wird mehr oder weniger dazu verpflichtet, nicht nur, dass er quasi das nachzahlt, was er im Vorfeld so oder so bezahlt hätte, sondern auch noch einen Schadenersatz. Damit er halt schon merkt, dass halt diese Verwendung so nicht in Ordnung war. Und da ist das Urheberrecht Gott sei Dank sehr, sehr großzügig im Sinne des Schadenersatzrechts, weil es gibt ein angemessenes Entgelt und das verdopple ich. Und das angemessene Entgelt kann durchaus, je nachdem wie die Nutzungen ausfallen, wie viele Bilder das sind, sehr, sehr hoch ausfallen. Jetzt hast du aber zuerst gerade gesagt, Zufallsfunde. Gibt es irgendwo aus irgendeiner Plattform, wo man sich anmelden kann, kennst du irgendwas, wo man sagt, okay, da kann man schon systematisch nach seinen Bildern oder seinen Werken auch suchen? Also das ist richtig, das gibt es. Es ist aus Amerika vor einigen Jahren einmal rübergeschwappt. Und es gibt da große, große Unternehmen, die sehr international agieren, vor denen wir immer wieder einmal was hören, die uns aber jetzt nicht unbedingt so tangieren. Also es gibt dafür aber auch in Österreich eine entsprechende Plattform, die nennen sie Aufdecker, die das Ganze ähnlich machen, aber halt wirklich auf den österreichischen Markt und auf die österreichischen Fotografen einfach zugeschnitten. Also jeder, der Interesse daran hat, wissen möchte, wo sind meine Bilder, wo könnte ich meine Bilder finden, wer verwendet meine Bilder überhaupt, ist sicher gut beraten, sich an die Aufdecker zu wenden, um einfach einmal zu sagen, okay, ich schaffe mir einen Überblick. Weil man darf natürlich auch nicht vergessen, je mehr Bilder von einem selbst im Umlauf sind, desto größer ist die Gefahr, dass das auch jemand in die Hände bekommt, der es nicht verwenden soll. Und mir damit natürlich den Weg abschneidet, damit noch zusätzlich Geld zu verlangen oder Geld zu bekommen von jemandem. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Absolut. Das finde ich sehr interessant. Das ist ein guter Tipp. Aber vielleicht spielen wir das Ganze mal durch. Was muss ich dann eigentlich als Fotografen machen, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Website oder irgendwo auf der Straße, wenn ich mein Foto entdecke? Zunächst ist es einmal sehr, sehr wichtig und unumgänglich, dass ich einfach eine Beweissicherung anfertige. Das heißt, dass ich hergehe, wenn ich es jetzt online finde, einmal Screenshots mache, die Screenshots am besten auch mit einem Datum hinterlege, damit ich einfach weiß, von wann sind diese Screenshots oder von wann ist die Verwendung. Wenn ich draußen auf der Straße das Plakat sehe, ja gut, dann mache ich ein Handyfoto. Also ich muss es auf jeden Fall nachweisen. Meine Urheberrechtsverletzung, die ich mehr oder weniger anspruchsdurchsetzend verfolgen möchte, muss ich halt einfach klar sagen, da war das, so hat das ausgeschaut, so ist das verwendet worden. Das ist halt mein Part als der Urheber. Ja, da muss ich nicht der andere frei beweisen, dass er es eben nicht verwendet hat, sondern da muss ich eben genau konkret sagen, dort ist es verwendet worden. Ganz gut ist, wenn man weiß, wie lang es verwendet worden ist, weil sich daraus natürlich auch die Entschädungsleistung berechnet. Kann ich teilweise relativ leicht herausfinden, weil Facebook-Postings eigentlich, korrigiert es mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber meistens mit Datum versehen. Ja, oder auf der Website sieht man es auch, oder? Ja, auf der Website sieht man es auch. Also es gibt durchaus sehr, sehr viele Möglichkeiten herauszufinden, wie lange Fotos tatsächlich schon in Verwendung sind. Bei einem Plakat, das ich auf der Straße finde, wäre es immer schwer tun, zu sagen, wie lange gibt es es schon, vor allem auch in welcher Anzahl. Aber da kann man es dann beweisen, weil irgendwer muss es einmal aufgehängt haben. Irgendwer muss es aufgehängt haben. Meistens hängt man nicht ein einzelnes Plakat auf, sondern zumindest die Erfahrung hat in dem Zusammenhang gezeigt, dass das doch meistens eine Plakatserie ist und dann natürlich sich auch das angemessene Enkel ganz anders berechnet. Also diese ganze Beweissicherung nimmt man selbst noch vor und geht dann damit relativ unkompliziert, und das haben wir jetzt wieder bei uns am Claim, recht unkompliziert an uns heran, schickt uns das per E-Mail, schickt natürlich auch dann das Originalfoto dazu, um das geht, damit wir das halt in ein entsprechendes Aufforderungsschreiben aufnehmen können. Wir bereiten da meistens zunächst ein außergerichtliches Herantreten vor, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass ich sage jetzt einmal 50 Prozent der Verletzer tatsächlich auch auf so ein Schreiben reagieren und zumindest dann ein bisschen Einsicht zeigen und zumindest versuchen wollen, sich zu einigen. Also das ist schon immer der Fall. Wenn hinsichtlich des Lichtbildes irgendwelche Verbindungen zum allfälligen Verletzer da sind, dann frage ich auch ganz gerne einfach die Vereinbarungen ab, die vielleicht einmal getroffen worden sind. Stichwort ist dann sowas wie Tourismusverband. Wenn man im Tourismusverband Rechte eingeräumt hat, der es vielleicht weitergeben darf, aber nur zu bestimmten Zwecken, dann prüfe ich das mehr oder weniger rechtlich schon im Voraus, um einfach auf Nummer sicher gehen zu können, dass wir wirklich tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung haben und dann nicht ins Leere irgendwo was fordern. Man hört ja, das war super ausführlich, danke. Man hört ja immer das Wort Werknutzungsbewilligung. Da gibt es ja auch zwei verschiedene, Recht und Bewilligung, aber vielleicht kannst du das ein bisschen, die Bedeutung der Werknutzungsbewilligung, ein bisschen für unsere Zuhörer ein bisschen ausführlicher beschreiben. Und warum ist es wichtig, dass man sowas hat? Weil wir wissen, dass es wichtig ist, aber oft merkt man ja immer wieder, dass Leute sowas ja gar nicht verstehen. Genau, aber was ist das und was muss eben der Kunde erwerben? Und vielleicht erklärst du noch ganz kurz den Unterschied zwischen Recht und Bewilligung. Gerne. Also ich glaube, es mag irgendwie ein bisschen so ein Motiv, wenn Werknutzungsbewilligung mein Lieblingswort ist. Weil ich sage es relativ oft und ich sage es auch sehr gerne. Und ich sage es aus eigentlich zwei Gründen sehr gerne. Also das Urheberrechtsgesetz schafft ja für den Urheber die Grundlage, um seine Werke verwerten zu können. Und das Urheberrechtsgesetz gibt da zwei große Punkte vor. Das sagt, zum einen kann ich ein Werknutzungsrecht einräumen und zum anderen kann ich eine Werknutzungsbewilligung erteilen. Die Einräumung eines Werknutzungsrechts, sagt der Name schon, Recht ist was Stärkeres wie eine Bewilligung. Recht ist was, und in dem Falle, wenn man es tatsächlich ganz klar nach einem Gesetz auslegt, hat ein ausschließliches Recht. Das heißt, jemandem, dem ich ein Werknutzungsrecht einräume, dem erlaube ich mehr oder weniger alles. Dem erlaube ich, diese Bilder weiterzugeben, sogar weiterzuverkaufen. Und was auch ein Riesenthema ist und sicher nichts ist, was man so leichtfertig hinnehmen sollte, ich schließe mich auch selbst von der Nutzung aus. Das heißt, ich bleibe zwar immer Urheber oder Urheberin, aber ich kann mein Werk de facto nicht nutzen, weil ich je einen Dritten das Werknutzungsrecht daran eingeräumt habe. Ich habe bis jetzt noch keinen guten Vergleich gefunden, um das Ganze irgendwie so anschaulich zu erklären. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit, ich kaufe mir eine Wohnung, die gehört mir. Wenn ich es vermiete, habe ich natürlich auch nicht die Möglichkeit, die Wohnung zu nutzen. Das heißt, ich habe jemanden, den lasse ich da alleine rein und da kann ich auch nicht einfach reingehen, wie ich lustig bin. Ähnlich wie ein Werknutzungsrecht. Wenn ich jetzt jemanden, da bin ich zwar auch wieder sehr tief im Juristischen, im Sinne eines Prekariums etwas zur Verfügung stelle, ein Prekarium ist nichts anderes als eine Bittleihe. Das heißt, es ist eine Leihgabe auf jederzeitigen Widerruf. Ist zwar jetzt rechtlich auch nicht unbedingt mit der Werknutzungsbewilligung an sich zu vergleichen, aber zumindest man sieht ein bisschen die Unterschiede. Also man sieht, das ist einfach etwas Schwächeres und da Anführungszeichen. Schwächer in dem Sinne, dass ich sage, wenn ich eine Werknutzungsbewilligung erteile, schließe ich mich selbst nicht von der Nutzung aus und ich erlaube aber gleichzeitig meinem Vertragspartner, meinem Kunden auch nicht, dass er mit den Fotos machen darf, was er will, sondern ich sage ihm halt, er darf es auf seiner Homepage verwenden, er darf es in den sozialen Medien verwenden, er darf es auf einer Plakatwand drauf machen. Aber ich erlaube ihm nicht, das weiter zu verkaufen, weiter zu veräußern oder weiter zu verschenken. Wo schreibe ich das hin? Am besten gleich das Angebot. Also das ist immer so ein bisschen ein Thema und auch Gegenstand sehr, sehr vieler Vorträge, die ich halte. Ich muss mich immer schon im Vorfeld fragen, was vereinbare ich. Also nur am Ende des Tages zu sagen, so auf meine Rechnung schreibe ich jetzt alles drauf, was ich vereinbaren möchte, geht halt nicht. Sondern der Vertrag, den ich schließe, der kommt mit der Annahme meines Angebotes zustande. Das heißt, alles, was ich vereinbaren möchte oder was ich mit meinem Kunden kommuniziere, kommt am besten schon aufs Angebot drauf. Es muss jetzt nicht wahnsinnig schön aussumuliert sein, es soll nur klar sein, was will ich damit bezwecken, was will ich erreichen, was will ich meinem Kunden erlauben. Ja, ich glaube, besser kann man es eh nicht ausführlich erklären. Wenn jetzt der Kunde das Angebot annimmt, ist das quasi bestätigt damit? Damit kommt der Vertrag zustande, weil der Vertrag natürlich voraussetzt, dass ich zwei übereinstimmende Willenserklärungen habe. Das heißt, wenn ich A sage und der Kunde sagt aber B, dann kann kein Vertrag zustande kommen. Das heißt, wenn ich sage, lieber Kunde, ich erlaube dir, meine Bilder auf der Homepage zu verwenden, aber bitte, Social Media geht nicht, weil ich möchte meine Bilder dort nicht sehen. Und der Kunde sagt aber, na Moment einmal, ich brauche es aber eigentlich nur für Social Media, werden wir nicht zusammenkommen. Kommt der Vertrag nicht zustande? Kommt der Vertrag nicht zustande und im Endeffekt zerbricht er schon, bevor er überhaupt in irgendeiner Art und Weise eingegangen wird. Deshalb umso wichtiger, das Ganze im Vorfeld zu klären. Also es gibt leider Gottes immer wieder die Annahme, also ich habe eh alles auf der Rechnung draufstehen und damit reicht es aus, gibt aber kein korrespondierendes Angebot oder nicht einmal eine Korrespondenz davor. Also ich muss es auch nicht Angebot titulieren, ich kann es nennen, wie ich will, ich kann das Ganze in einer WhatsApp-Korrespondenz festhalten. Was will ich meinem Kunden geben? Ich halte ihm fest, ich mache Fotos, seien es 10 bis 15 Stück bearbeitet, ausgewählt, ich brauche dafür vermutlich einen halben Tag, der halbe Tag kostet so und so viel und die Werknutzungsbewilligung, die ich erteile, gilt für Homepage plus was auch immer. Gibt es einen Zeitraum auch dazu, den man angeben kann, wenn man das mag oder ist das dann... Kann ich grundsätzlich, also ich kann eine Werknutzungsbewilligung auf mehrere Arten einschränken. Ich kann das sachlich einschränken, das heißt, ich sage, okay, in welcher Kategorie fällt das rein? Also möchte ich zum Beispiel diese Online-Nutzung, möchte ich nur ausschließlich Print-Nutzung und das kann ich mir alles vorher überlegen mit einem Kunden abstimmen. Ich kann auch natürlich sagen, ich kann es örtlich begrenzen, wenn ich jetzt einen großen Kunden habe, der vielleicht mehrere Filialen betreibt, in sieben verschiedenen Bundesländern, kann ich ihm sagen, na gut, die Fotos, die ich mache, sind aber nur für Salzburg oder nur für Tirol oder was auch immer. Und ich kann natürlich auch sagen, ich befristete das Ganze zeitlich. Das heißt, der Kunde hat nur die Berechtigung, die Bilder für drei Jahre oder fünf Jahre zu verwenden. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn ihm die Bilder gefallen, kommt er wieder und möchte von euch Bilder haben, neue, die er dann wieder verwenden darf. Also das Fazit eigentlich aus dem Ganzen heraus ist, man sollte sich als Fotograf anhalten, das beim Angebot so genau wie möglich festzuhalten, damit man dann im Nachhinein auch zumindest sagen kann, das war ein Vertragsbruch oder da hat halt was nicht genau passt, beziehungsweise wenn der Kunde einfach die Bilder dann weitergibt, kann man dann nach wie vor irgendwelche Schadenssätze zumindest gelblich machen. Genau, das ist richtig. Also wir haben es eh vorher schon kurz unterschieden. Also bei einem Werknutzungsrecht, wenn ich das jemanden einräume, hat der Kunde, bleiben wir beim Kunden, die Möglichkeit, die Bilder weiterzugeben. Wenn er unter Anführungszeichen nur eine Werknutzungsbewilligung erteilt bekommen hat, kann er das nicht machen. Er gibt sich klar aus dem Gesetz, den Kunden ist es leider Gottes nicht immer ganz so klar, zumindest kenne ich es so aus der Erfahrung. Es empfiehlt sich durchaus, dem Kunden das auch durch die Blume mitzuteilen und einfach zu sagen, allfällige Weitergaben sind gesondert mit dem Fotografen, mit der Fotografin zu vereinbaren und natürlich auch gesondert und auch abpflichtig. Weil denkt man an den Architekturfotografen, der für einen Bauträger Fotos anfertigt. Der Bauträger hat viele Professionisten auf der Baustelle, die haben auch alle was von den Fotos. Der Fotograf hat nichts davon, wenn der Bauträger die Fotos dann austeilt. Ja, das ist klar. Mir passiert das eigentlich auch ständig. Bei Hotelfotos, dann meinen die Hoteles, sie können uns jetzt jeden Gewerk weitergeben und sind dann immer ganz erschüttert. Und es heißt doch nicht, ne? Ja, wenn man es einem ein bisschen erklärt, dann sind sie meistens eher entsichtig. Es ist so der Klassiker und sind wir eigentlich genau wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also dieser Stellenwert sind Materialgüterrechte. Ich vergleiche es dann immer eher da, gerade wenn es Hotels betrifft, sage ich, ich gehe auch nicht in dein Hotel und isse da jetzt zu Abend und gehe wieder und sage, naja, ich glaube, dass gerade das ist. Funktioniert halt auch nicht. Und genauso wenig funktioniert es aber halt auch mit der Weitergabe von Bildern, wenn ich es nicht explizit vereinbart habe. Man muss leider Gottes darauf hinweisen. Ja, jetzt werden wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, aber wir werden auf jeden Fall zu dem Thema noch mal eine ausführliche Folge machen, glaube ich. Und dir natürlich. Gerne. Ja, aber da haben wir noch eine interessante Frage. Wie funktioniert denn die Namensnennung? Namensnennung ist auch ein Riesenthema, gerade bei uns auch in der Rechtsberatung, weil gerade durch die ganzen sozialen Plattformen halt natürlich der Werbewert sehr, sehr gestiegen ist für, sage ich mal, unter Anführungszeichen Fotografien, die sich halt schön verbreiten. Da wünscht man sich als Fotograf oder als Fotografin natürlich, dass man genannt wird. Und sehr, sehr viele haben da ein bisschen diese Fehlinformation im Kopf, dass das mehr oder weniger gefallen ist, dem man mein Kunde tut oder derjenige tut, der das Bild veröffentlicht, dass er da meinen Namen gnädigerweise dazuschreibt und dann damit ja für mich auch Werbung macht, ist der falsche Zugang, weil das Ganze ist gesetzlich geregelt. Also es gibt ein Namensnennungsrecht, das natürlich jeder Veröffentlicher, jeder Verwender zu wahren hat. Das heißt, er muss mich dann, wenn mein Foto mit meinem Namen bezeichnet ist, komme ich dann, glaube ich, ganz kurz drauf, wie das jetzt mit Mitadaten und Exxon-Daten und so weiter ist oder beziehungsweise seit einigen Jahren gehandhabt wird, muss er mich natürlich auch nennen. Ja, einfach um mir halt meinen gesetzlichen Anspruch entsprechend zu erfüllen, ist leider Gottes in der Branche ein Unding geworden, dass man das macht. Man sieht das oft, dass die Kunden sagen, ja, damit tue ich dir ja einen Gefallen, das muss ich aber nicht tun. Stimmt so, wie gesagt, nicht. Ja, in dem Moment, wo ich mein Foto mit meinem Namen bezeichnet habe, also eben in den, mittlerweile sind wir ja bei den digitalen Bilder, in den Metadaten, in den Exxiv-Daten, dann kann ich von jedem dritten Veröffentlicher verlangen, dass er meinen Namen entsprechend auch nennt, nämlich in ausreichender Verbindung zum Lichtbild. Sprich, wenn der eine Homepage hat und auf der Homepage sind zehn verschiedene Fotografien drauf und fünf verschiedene Fotografen, dann muss das im besten Fall beim Lichtbild direkt dabei stehen. Jetzt sieht man aber total oft, wenn man irgendwelche Sachen anschaut, wo einfach nur der Unternehmensname steht und kein Fotograf, wie schaut das da aus, weil eigentlich sieht man es dann auch immer wieder, wo das Unternehmen mit Schrägstrich und dann kommt ein Fotografenname, wie ist das da die Situation, weil das sieht man wirklich oft, wo einfach dann steht, Foto XY, das ist der Unternehmensname. Genau, das ist richtig. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr viele Tourismusverbände auch so angehen, dass die es erst den TVB nennen und dann Schrägstrich und den Fotografen. Es ist natürlich so, dass jeder gesetzliche Anspruch, den kann ich bis, unter Anführungszeichen, zur Grenze der Sittenwidrigkeit einvernehmlich abändern. Und es hat sich halt leider in der Branche eingeschlichen, dass sehr, sehr viele, die den Kompromiss eingehen, sagen, naja, wenn mich der schon gar nicht nennt, dann lasse ich mich auf das ein, dass er sie selbst nennen darf und gleichzeitig nennt er halt mich nach einem Schrägstrich oder nach einem Bindestrich oder nach was auch immer dazu. Aus meiner Sicht ist es nicht richtig, vereinbaren kann ich es aber. Und ich hoffe halt dann, wenn ich das vereinbart habe, dass ich zumindest nach einem zusätzliches Enggeld dafür lukriere, dass ich eigentlich ja auf ein mir zustehendes Recht verzichte. Und das heißt, wenn aber das Unternehmen, nur das Unternehmen da steht, ohne Schrägstrich und ohne Fotografennamen, dann haben wir wieder genau dort, er nennt die nicht. Das heißt, im Prinzip verletzt er da unser Recht. Genau, verletzt das Recht auf Namensendung, außer ich habe mit dem vereinbart, das was zu machen. Ja, okay. Gibt es immer wieder, ich kenne Kollegen und Kolleginnen für euch, die sagen, okay, ich verzichte darauf, dass ich genannt werde, aber dafür kostet es halt 20 Prozent mehr oder 30 Prozent mehr, weil, was wir nicht vergessen dürfen, man verzichtet halt auch auf diese Werbewirkung, die ich ja damit erzielen kann. Okay, ja, ist schon klar. Ja, wobei, meiner Meinung nach ist es ja eher die Ausnahme, dass es wirklich passt. Meistens ist es wirklich so, dass der Unternehmensnamen da steht und that's it, ja. Also ich bin eigentlich schon happy, wenn es eine Doppelnennung ist. Ja, ich habe es auch so, ich persönlich habe es im Angebot drinnen stehen, ja. Aber ich habe es eben im Angebot drinnen stehen. Das ist eben bei den Tourismusverbänden auch wieder sehr wichtig, ja. Weil wenn man das nicht im Vorhinein klärt oder im Nachhinein, wird es dann schwierig. Klar, also grundsätzlich ist es ein gesetzlicher Anspruch, das heißt, ich kann im Vorfeld natürlich darauf verzichten, nur ich muss halt nachweisbar darauf verzichten, Da hilft es mir nichts, wenn man der Kunde sagt, ja, aber du hast mir irgendwann einmal gesagt, dass du es eh nicht magst. Hilft nicht, ja. In dem Moment, wo ich aber schriftliche, klare Vereinbarung habe, wo ich ausgemacht habe, gut, du musst mich nicht nennen, lieber Kunde, weil ich lege keinen Wert drauf, kann ich das natürlich machen. Aber es ist halt etwas, was sich in der Branche irgendwie eingeschlichen hat und aus meiner Sicht nicht unbedingt gut ist, weil erstens bricht dem Kunden kein Zacken aus der Krone, wie man jetzt auf oberösterreichisch sagen wird, sondern er muss sich nicht wirklich viel antun, um das Namensnennungsrecht mehr oder weniger zu wahren. Das heißt, es ist eigentlich für den Kunden nicht schwierig umsetzbar, für den Fotografen oder für die Fotografin aber ein wahnsinniger Werbewert, also gerade, glaube ich, in den sozialen Medien. Was auch schon immer wieder mal passiert ist, das ist mir jetzt gerade eingefallen, während du das jetzt ausführlich erzählt hast, wie ist das, wenn da der Fotograf verwechselt wird, mein Foto mit einem anderen Namen? Ist natürlich genauso ein Unding, ich frage mich jetzt wahrscheinlich, das ist aber eher jetzt wahrscheinlich ein persönlicher Unterschied, finde ich es schlimmer, wenn ich gar nicht genannt werde oder wenn der Falsche genannt wird. Ist beides auf jeden Fall so, dass es ein Anspruch ist, mit dem ich vorgehen kann, weil beides ist eine unzureichende Namensnennung. Also entweder nenne ich jemanden ohne Herstellerbezeichnung oder mit Falscher, ist beides schlimm. Ich kann natürlich auch, und das ist halt das Gute im Urheberrecht, von vornherein eher sagen, wie möchte ich das haben. Es gibt ja manche, die möchten zum Teil gar nicht genannt werden. Also ist eine Brisanz dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache für bestimmte politische Parteien, mit denen ich vielleicht dann doch nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte, weil es halt vielleicht meinem Ruf schaden könnte, aber für die mache ich halt gute Fotos, dann kann ich auch genauso sagen, ich möchte gar nicht, dass ich genannt werde. Das ist genauso zu akzeptieren. Das ist klar. Umgekehrt aber auch natürlich, wenn ich mein Foto bezeichnet habe mit meinem Namen, dann ist es anzuführen. Ja, vielleicht der Tipp an die Kollegen, bitte schaut da wirklich drauf. Ist wichtig, absolut. Und auch an die Werbeagenturen, weil da passiert es eigentlich auch sehr, sehr oft, dass man uns auch vergessen wird. Genau, umso mehr nämlich wir drauf schauen, umso mehr können wir uns da jetzt wieder zurückarbeiten, dass die Unternehmen beziehungsweise Agenturen oder was auch immer uns wieder nennen. und wie du schon gesagt hast, es ist ja unser Werbewert. Also es bringt ja uns in weiterer Folge was. Genau, so ist es ja. Also bitte schaut es drauf. Ja, brauche ich als Fotograf, brauche ich AGBs? Ja, brauchen, das ist halt immer so, möchte ich es haben, brauche ich es. Also ich brauche es dann, wenn ich sage, ich möchte einfach meinen geschäftlichen Ablauf so einfach wie möglich gestalten. Also ich möchte nicht jedes Mal hergehen, jedes Mal neu alles ausverhandeln, sondern ich habe gewisse Parameter, die quasi bei jedem Auftrag, bei jedem Shooting mehr oder weniger gleich ablaufen. Sowas wie Zahlungsfristen, sowas wie Steuernbedingungen. Die werden sich nicht von Auftrag zu Auftrag ändern. Und da ist es ganz gut, wenn ich das nicht jedes Mal neu in mein Angebot irgendwie eintippsle oder festhalte, sondern wenn ich einfach vorformulierte Bedingungen habe, das sind ja, die AGBs sind nichts anderes wie allgemeine Geschäftsbedingungen, zu denen ich halt mit meinem Vertragspartner quasi den Vertrag eingehen möchte. Da muss ich das nicht einzeln aushandeln, sondern die lege ich quasi meinem Angebot bei. Also bitte lieber Kunde, liebe Kundin, das sind meine AGB, das sind meine Bedingungen, zu diesen Bedingungen schließe ich gerne den Vertrag mit dir. Du musst die nicht verstehen, du musst die nicht einmal gelesen haben, du musst die nicht unterschrieben haben, aber ich habe sie dir zur Kenntnis gebracht und damit stehen sie in Geltung. Also durchaus ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug und ein gutes Instrument, um sich einfach den Ablauf zu vereinfachen. Ja, reicht das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel meine AGBs zum Beispiel auf der Homepage habe und ich schreibe auf meine Angebote und auf die Rechnungen drauf mit Link, wo sie zu finden sind. Wird das reichen oder muss ich immer den ganzen Ballerwatsch, wo es ja dann relativ viele Seiten sind, in Wahrheit, mit aus BDF anhängen beziehungsweise wenn es elektronisch übertragen wird oder wenn es ein Kunde ausdruckt haben will, muss es dann mit ausdrucken oder würde das reichen? Also grundsätzlich, ich muss es meinem Kunden zur Kenntnis bringen, dass es die gibt. Es gibt eine sehr, sehr strenge Rechtsprechung, die vor einigen Jahren einmal gesagt hat, es reicht nicht aus, dass ich nur drauf schreibe, meine AGBs finden Sie auf meiner Homepage. Das funktioniert nicht. Also das mit dem Link ist schon mal eine super Möglichkeit. Würde ich auch auf jeden Fall immer empfehlen, um auf Nummer sicher zu gehen, ist es natürlich so, wenn ich die dranhänge, wenn ich die mitschicke in meinem Angebot, tue ich mir am allerleicht an. Also wir haben es, das ist vielleicht nur ein kurzer Schwenk in meinem Alltag, wir haben es tatsächlich einmal vor Gericht unter Anführungszeichen ausgestritten. Da hat mein Klient, also der Kläger, der auf der Basis seiner AGB mit dem Kunden kontrahiert hat, hat die AGB auf seiner Homepage gehabt, hat diesen Link drauf getan, der Kunde hat im Verfahren dann eingewendet, naja Moment einmal, deine AGB habe ich gar nicht abrufen können, weil deine Homepage zu dem Zeitpunkt offline oder halt gerade an der Construction oder was auch immer war, ist natürlich dann zu unseren Lasten gewesen, weil damit haben wir nicht nachweisen oder beweisen können, dass die tatsächlich dem Kunden zur Kenntnis gelangt sind. Also wenn ihr so weit einen Überblick über eure Homepages habt und sagen könnt, die sind natürlich online, wird in den meisten Fällen so sein, dann reicht durchaus dieser Link aus. Ich muss aber wie gesagt dann beweisen, dass sie tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt auch auf der Homepage waren. Ja, ist klar. Ja, wie schaut es denn momentan mit der KI aus? Kann ich da, ja, kann man das so verwenden oder wie läuft das? Also KI ist ein extrem spannendes Thema, glaube ich nicht nur für eure Branche, sondern auch für uns in der Juristerei, weil es einfach ganz was Neues ist. Also man darf vielleicht nicht vergessen, das Urheberrechtsgesetz basiert auf Bestimmungen, die zum Teil mehr als 100 Jahre alt sind. Da hat sich noch keiner Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert das, wenn der Urheber kein Mensch mehr ist, sondern halt auf einmal eine künstliche Intelligenz, wenn man so will, Maschine oder was auch immer. Damit können wir nur Mutmaßungen anstellen, in welche Richtung das gehen könnte. Also es gibt de facto, natürlich, weil die KI halt noch ein, unter Anführungszeichen, so junges Thema ist, noch keine Entscheidungen. Und wir Juristen haben halt das Problem, wir müssen uns halt irgendwie ein bisschen an Entscheidungen halten, die uns halt vom obersten Gerichtshof oder zumindest von den höherinstanzlichen Gerichten halt vorgegeben werden. Gibt es de facto in Österreich noch nicht. Was man aber auf jeden Fall mal sagen kann, an einem KI-generierten Bild oder an einem KI-generierten Werk wird zumindest, Stand jetzt, ja, vorbehaltlich allfälliger Änderungen durch den Gesetzgeber oder durch die Judikatur niemand Urheberrechte begründen können. Kann man ganz leicht erklären, ja, ein Urheber kann nur ein Mensch sein, ja, weil ich brauche, um ein urheberrechtlich geschütztes Werk zu erlangen oder dem quasi den Schutz zu geben, eine eigentümliche geistige Schöpfung. Naja, was bedeutet geistlich? Es muss halt von einem Menschen kommen. Das heißt, ein KI-generiertes Werk wird diesen urheberrechtlichen Schutz, solange sich die gesetzlichen Bestimmungen nicht ändern beziehungsweise die Judikatur da keinen Schwenk macht, wird man dem keinen urheberrechtlichen Schutz zusprechen können. Ja, da hat sich die andere Frage ja jetzt dann eh schon fast erledigt. Ja, ja, aber ich hätte trotzdem eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen Hintergrund für ein Bild auf dem Midjourney generieren lasse, dann wird es auf jeden Fall schlau sein, wenn ich da zumindest die Bezahlversion verwende, oder beziehungsweise das gleiche mit JGPT, wenn ich mir jetzt einen Text schreiben lasse, dann wird auf jeden Fall die Bezahlvariante schon mal einiges besser sein, wie wenn ich jetzt nur die Free-Version habe, oder? Ist sicher ein Riesenthema, liegt aber dann daran, weil grundsätzlich an diesem Programm, das dann ja weiter das generiert, hat ja jemand einen urheberrechtlichen Schutz, weil auch Softwareprogramme können urheberrechtlichen Schutz genießen, das ist ja mittlerweile seit einigen Jahren doch relativ klar ausjudiziert, also das gibt es ja. Und diese Softwareprogramme beziehungsweise diese Hersteller und Urheber wiederum vergeben ja mehr oder weniger oder vereinbaren entsprechende Nutzungen bei den kostenlosen Programmen steht, ich kenne es jetzt zwar nicht im Detail auswendig, aber wird wahrscheinlich drinnen stehen unter Anführungszeichen nur für den Hausgebrauch, nur für den privaten Gebrauch und jede weitergehende Verwendung dessen, was daran das Ergebnis ist, wird untersagt sein. Habe ich halt natürlich das Problem, dass das Ergebnis ja an sich nicht urheberrechtlich geschützt ist, aber die Verwendung dieses Programms halt mir untersagt werden kann. Das heißt, so wie es du schon angesprochen hast, natürlich ganz, ganz wichtig zu sagen, ich sichere mich zumindest in dieser Hinsicht ab. Ich mache das mit der Bezahlversion, weil die Bezahlversion wird vermutlich in den Nutzungsbedingungen drinnen stehen haben. Ich kann damit relativ viel machen. Ja, nochmal zur Gesetzgebung. Wird da schon aktiv an Gesetzen gearbeitet oder wird das jetzt noch Jahre dauern? Also, aus meiner Erfahrung heraus wird es sicher noch dauern. Wir haben natürlich zum einen die EU, die gerade im Urheberrecht da ziemlich viele Vorgaben machen kann und machen muss. Das heißt, alles, was uns die EU mehr oder weniger mit Richtlinien vorgibt und da gibt es sehr, sehr umfassende Richtlinien, müssen natürlich dann auch in österreichisches Recht umgesetzt werden. Das kann sehr, sehr lange dauern. Man hat es gesehen, bestes Beispiel war die Urheberrechtsgesetznovelle, die eigentlich 2021 schon in Kraft ertreten hätte sollen mit 1.1.2.2.2 dann tatsächlich auch in Kraft getreten ist, die sich aber eher mehr mit Urhebervertragsrecht beschäftigt als mit diesen neuen, unter Anführungszeichen, Nutzungsarten. Wird sicher noch etwas dauern, wird aber zumindest in der Rechtsprechung relativ bald aus meiner Sicht einmal ein Thema werden, weil spätestens dann, wenn irgendwer irgendwelche Rechte behauptet oder Ansprüche durchsetzen will, die auf Basis von so einer KI heute entstehen. Also in dem Moment, wo jemand hergeht und sagt, okay, das ist mein Werk, das genießt urheberrechtlichen Schutz, ich bin der Urheber und ich verbiete einem Dritten die Verwendung dessen, wird man das erste Mal darüber streiten und dann wird sich das erste Mal die österreichische Rechtsprechung darüber sicher Gedanken machen müssen und das wird sicher ganz, ganz spannend werden. Ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben und jetzt sind wir aber leider schon am Ende. Eine kleine kurze Frage habe ich schon. Weil wir wissen es, viele Zuhörer vielleicht nicht. Du bist ja eine von zwei Anwälten beim RSV. Kannst du ganz kurz umreißen, was ist der RSV und warum ist der eigentlich für uns Fotografen so wichtig? Genau, also der RSV ist abgekürzter Rechtschutzerband der Fotografen Österreichs. Das ist ein Verband, ein Verein, der sich vor mittlerweile, soll es mir still liegen, wenn ich es jetzt wissen hat, ich glaube 1969 gegründet worden ist, korrigiert es mich, wenn ich etwas Weißes sage, der schon sehr, sehr lange besteht und der den Mitgliedern und das sind, abgesehen von Niederösterreich, sämtliche Landesinnungen Rechtsschutzbieter. Das heißt, der steht den Fotografen und den Fotografinnen zur Verfügung in Eintreibungsangelegenheiten. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, dass mein Kunde Rechnungen nicht bezahlt, aber genauso auch in Urheberrechtsangelegenheiten. Das heißt, wenn ich irgendwo mein Bild verwende oder finde, das verwendet wird von jemandem, der es nicht verwenden darf, kann ich mich genauso an den RSV beziehungsweise an uns als Verbandsanwälte wenden und wir können uns da kostenfrei für die Mitglieder darum kümmern, dass da was weitergeht und dass die Ansprüche entsprechend durchgesetzt werden. Genauso wie für allgemeine Rechtsberatungen stehen wir auch zur Verfügung, ist auch ein Service, den der RSV bietet, dass man einfach den Fotografen und den Fotografinnen die Möglichkeit bietet, sich in Rechtsfragen an uns quasi zu wenden. Genau, das ist, und du hast das ja gerade gesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, dass das eben für die Berufsfotografen, die ein Gewerbe angemeldet haben und keine Umlage zahlen, kostenlos ist und alles andere muss man sich dann eben mit euch ausmachen, denke ich. Aber ich glaube, das war einfach ganz wichtig, dass man mal ehrt, was es ist und das, ja, ich glaube, das zum Schluss passt eh perfekt. Absolut, ja. Also, wie gesagt, Nina, ja, perfekt. Wenn du einen Zeichen gehabt hast und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen, weil da werden wir auch wieder über verschiedene oder ein bisschen detailreichere Sachen besprechen, weil ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist für unsere Zuhörer, auch aus der Seite zur Fotografie ein bisschen was mitzubekommen und, ja, ist einfach unser großes Anliegen, ich denke dir auch und für den RSV sowieso auch eine ganz super Geschichte, weil die Leute ja sowieso dabei sind. Ganz kurz noch, Nina, wie kann man die erreichen am besten? Also, mich finden meine Kontaktdaten findet man auf der RSV Homepage, die hoffentlich auch jedem bekannt ist, weil da findet man, abgesehen vom Honorarrechner, einen großen Download-Bereich und wie gesagt, auch meine Kontaktdaten. Wir haben eine relativ leichte E-Mail-Adresse, die man sich, glaube ich, merken kann und eine relativ leichte Homepage. Die Homepage lautet www.sp-r.at und unsere E-Mail-Adresse ist office.sp-r.at. Ihr findet uns aber, wie gesagt, auch auf der RSV Homepage unter den Kontakten. Das ist super. Dann vielen Dank für deine Zeit. Wir packen alles in die Show Notes, damit unsere Zuhörer das alles finden und sagen herzlichen Dank und freuen uns aufs nächste Mal. Danke, Nina. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.